Ich bin Moritz Körner, ich bin 28 Jahre alt und Landtagsabgeordneter der FDP in Düsseldorf. Ich kandidiere für die FDP, weil es die einzige Partei ist, die Europa fit für die Zukunft machen will. Wir glauben, dass Europa nicht die nationalen Gestaltungsmöglichkeiten gefährdet, sondern diese erst ermöglicht. Und da will ich mit starken Freidemokraten dazu beitragen. Wir brauchen auf jeden Fall gemeinsamen Grenzschutz. Wir brauchen keine neuen Binnengrenzen in Europa. Ich kann nicht verstehen, dass wir darüber überhaupt diskutieren. Wir brauchen also gemeinsamen Grenzschutz an den Außengrenzen und gemeinsame Einwanderungspolitik.